Wir sind Jesse und Roberto und das ist unser selbst ausgebauter Sprinter Jimmy, in dem wir seit über zweieinhalb Jahren reisen. Wir lieben unser besonders offenes Konzept im Van. Vorne haben wir eine gemütliche Couch, die wir für die Nacht zum Bett ausziehen. Darunter liegt unser Keller mit viel Stauraum, unserem Wassertank und der Standheizung. Hinten befindet sich das Herzstück unseres Vans, die Küche mit Gasherd, Oberschränken und Vintagebecken. Gegenüber im Schrank sind unter anderem unser Badezimmer, Kleider und die Elektronik. Und ins kleine Eckregal kommt alles, was sonst noch keinen Platz hat. Würdet ihr in einem solchen Van reisen?